Wir feiern 10 Jahre Pöll TV und hier kommt Ihr Jubiläumsangebot des Tages. Auch heute feiern wir wieder 10 Jahre Pöll TV und das täglich mit unserem Jubiläumsangebot des Tages. Und heute haben wir einen richtigen Favoriten von mir. Ich bin richtig begeistert, dass wir ihn hier heute anbieten zum Jubiläumsangebot des Tagespreis. Das ist nämlich ein kompakter Akku-Handstaubsauger. Ja, für mich der kleinste Staubsauger der Welt. Ich habe persönlich noch nie einen kleineren gesehen, der ist akkubetrieben. Er ist beutellos und kostet heute nur 10 Euro. Einer unserer Bestseller der letzten Wochen, weil er ist noch gar nicht so lange im Programm. Und heute, und wirklich nur heute, gibt es diesen kleinen, ich sage mal Malheur-Beseitiger für gerade mal 10 Euro. Hier akkubetrieben, trotzdem eine starke Saugleistung. Und Sie sehen verschiedene Aufsätze für die Fugen oder auch für die Polster. Also für mich prädestiniert natürlich, um das einfach so klein, wie er ist, im Handschuhfach im Auto zu haben. Und dann immer, wenn mal so irgendwo ein paar Krümel rumliegen oder ähnliches Armaturenbrett oder zwischen den Sitzen, was passiert ist, weil man mal irgendeine Brezel oder so gegessen hat, dann holt man den kurz raus und saugt. Beutellos, trotzdem mit HEPA-Filter und unglaublich leistungsstark für diese Größe. Und Sie sehen, er ist auch relativ leise. Also der passt wirklich ins Handschuhfach. Auch die Handhabung, unglaublich einfach. Hier sehen Sie es, beutellos. Das heißt, wenn, dann einfach hier aufmachen. Also wenn der Behälter mal voll ist und genauso schnell geht er wieder zu und ist wieder dienstbereit. Und Sie sehen die Technik, unglaublich einfach. Natürlich Akkuzyklon, also Zyklon, das kommt von diesem kleinen Wirbelsturm. Da wird ein Wirbel erzeugt und der saugt dann das, was nicht, das, was weg soll, eben ein. Also ich bin ein Fan davon, genauso wie du, weil ich habe noch nie vorher einen auch nur ähnlich kleinen Staubsauger gesehen. Und ich hatte den Normalpreis schon als unglaublich günstig angesehen. Ich auch. Und heute? Und jetzt, dieser Preis, denken Sie dran, der gilt nur heute. Ja, für 10 Euro bekommen Sie ja heute unseren Akku-Handstaubsauger. Ja, also erstmal, dass der hier mit Akku betrieben ist, ist für mich schon ein richtiges Highlight, weil da braucht man keine Steckdose mehr. Und man kann den, wie gesagt, einfach mitnehmen. Super, klasse. Und wir schauen uns jetzt auch gerne einmal den Preis bei pearl.de an. Dort sind wir als Preisset bei 20 Euro. Also wir halbieren hier heute den Preis für Sie. Nutzen Sie auf jeden Fall die Gelegenheit, dieser Preis gilt nur heute im Jubiläumsangebot des Tages. Also am besten direkt ganz schnell sein, weil ich denke, hier ist die Nachfrage echt extrem groß. Ja, mit Sicherheit. Ist vielleicht auch eine tolle Geschenkidee für jemanden, der weiß, oder von dem man weiß, dass er wirklich viel Wert auf ein gepflegtes Auto legt. Einfach mit, wenn man mal irgendwo länger an der roten Ampel oder im Stau steht, kann man eben mehr ein bisschen saugen. Ja, da muss man nicht extra an die Tankstelle fahren. Also ich finde sowas phänomenal. Übrigens, die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 40 Euro. Und Sie haben es gerade gesehen auf pearl.de, 20 Euro. Aber jetzt und nur solange der Vorrat reicht und maximal heute dieser fantastische Preis. Es ist für mich nicht nur der wahrscheinlich kleinste Akkuzyklon-Staubsauger der Welt, sondern jetzt ist es auch der mit großer Sicherheit günstigste Akkuzyklon-Staubsauger, den ich jemals gesehen habe. Und Sie sollten jetzt diese Gelegenheit wirklich beim Shop verpacken. Ja, sofort zum Hörer greifen und mit der Bestellnummer der ZX-62, 64 und der 569 für 10 Euro. Kann das dann schon bald bei Ihnen zu Hause sein oder auch vielleicht im Auto, vielleicht auch gleich einfach mehrere bestellen, weil die sind echt super praktisch, auch zum Verschenken eine gute Idee. Und jetzt haben wir noch ein weiteres Produkt für Sie. Ja, genau, und zwar fürs Auto. Jetzt bleiben wir mal im Auto. Ein Netzteil, ein doppeltes Netzteil. Ich kann also mein Handy auch noch laden und irgendwann mal den Akku wieder laden. Im Grundpaket ist natürlich das Ladekabel dabei, aber das hier ist ganz intelligent. Und Sie sehen, da ist auch noch ein Display drauf. Das heißt, wir sehen auch immer die Ladespannung der Batterie. Das könnte bei älteren Autos ganz wichtig sein, die keine Automatikabschaltung haben, dass man nicht mit irgendwelchen Geräten die Batterie leer saugt und nachher das Auto nicht mehr anspringt. Also Sie sehen, ein intelligentes Ladenetzteil und das bestellen Sie einfach mit dazu. Ja, und Sie sehen, jetzt sind Sie trotzdem mit diesem Netzteil immer noch weit unter dem eigentlichen günstigen Preis des Staubsaugers. Das stimmt, für 8,54 Euro einfach hier unser Kfz-USB-Ladegerät mit bestellen, mit der PX8859 und der 569. Aber wie gesagt, ein Highlight hier, unser Jubiläumsangebot des Tages heute für 10 Euro, unser kompakter Akku Handstaubsauger. Wir wünschen ganz viel Spaß damit und viel Freude vielleicht auch beim Verschenken. Vielen Dank.